Beef Club ist wieder zurück. Acht Köche kämpfen um den Titel Champion 2020. Aber nur einer kann das Turnier und den Preis gewinnen. Viel Schweiss, viel Beef, viel Fight. Eine Suppe, übrigens eine Alkoholere, das kann mir nicht in den Kopf. Beef Club – ab dem 5. November um 19.55 Uhr in Sat.1 Schweiz.